ja ich nicht aber ich habe eine kd von drei ja von eins ja leute so spielt man Futur da vorne meint erster Boss hat eine 1er kd ich stirb die ganze Zeit wir hier ja so ein bisschen naja wir strengen uns an fürs Team und hier mit der 3er und 7er kd gehen einfach nicht drauf und besiegbar Modus aber Futur ist der Boss so und jetzt hier der Ultra trifft zu Boris ah das ist gar nicht Boris das ist Antifa ich dachte hier steht Boris naja pack mal hier ein jetzt habe ich ihn auch 1, irgendwas auf auf in den Krieg oh jetzt kommt ganz viel Infantrie 1 bist du voll Krieg und da Menschen wieder abgehängt immer diese langsamen Leute und davon der Welt davon ich habe wieder tot rum Dark Metallic Blau oh Mann und zu uns irgendwas sagen ja eben unser unsere unsere Führungselite liegt nur faul rum und macht nix nur in der Sonne rumliegen Mensch Mensch immer in der Sonne rumliegen also ich habe jetzt schon erwartet dass du manchmal kämpfst ne weil ich kenne dich ja das Video siehst du eh und darum wollte ich dir das jetzt einfach mal sagen weil ich habe schon erwartet dass du manchmal kämpfst und nicht einfach dich da vorne so im Gras ein bisschen in die Sonne legst und darauf wartest dass wir deine Arbeit machen nur weil wir halt so gut sind und du nicht äh Mann voraus zwei Mann voraus drei Mann voraus vier Mann voraus äh Panzer ich kann ja nicht so viel kannst du nicht dann streng dich mehr an Alter Hallo Double Roadkill Idiot Voll gegen die Solange Geflogen Oh blüte sind sehr denn Es war ein scheiß Mossi Eine Panzermine Panzermine Oh Aber egal 21 Sört Und einer Harasser Fahrt Da holen wir gleich einen neuen Römer 9 Ich bin da Wir heute geben viel fürs Team Und darum ziehen wir gleich den nächsten Harasser Weil der bringt uns zum Sieg Heute Harasser bringen uns zum Sieg Aber nur wenn wir gute Leute fahren Wenn ihr die Futter in Harasser gebt Dann bringt es euch gar nichts Außer dass ihr einen Mann der Stüpfel lebt Weil er dann im Harasser sterben wird So Messer raus und los sprinten Wenn wir landen Immer schön beeilen Weil Es geht ja hier alles auf Zeit Dann nimmt man einen Harasser Und dann fährt man los Dann legt man sich selber Muni hinten rein Das ist so ein kleiner Klitschi Und wo es Markus schon wieder Er schläft Oh man oh man Jetzt Leute würde ich sagen Mit Vollgas Am Foto vorbei Oh Das sind ganz viele Mosis Und Liberators Wie Stan Lee Die haben dich nicht lieb Nicht? Liberators mögen mich nicht mehr Oh man Oh Alter was da los ist Alter wie viel Luft haben die Ja solange es nur Luft ist Und nicht Boden Oh Boden Die meinen es ernst Markus Ja Wo sind eigentlich unsere inkompetenten Leute? Ja wir sind schon wieder die einzigen hier Die pushen Das finde ich eigentlich schon wieder extrem traurig Die werden wahr verteidigen Zumindest unterstützt uns Funfiel hier mit Reparaturen mit seinem Sandy Und als Gegenleistung werde ich Funfiel Nein werde ich nicht Fuck Ich hab schon Feuerunterdrückung an Ich kann nichts tun Außer sterben Oh Inni Elite Level 100 Fickt euch Jetzt Alter Unglaublich Unglaublich Die pushen jetzt ja damit Unsere Leute stehen alle mit Panzern auf dem Berg Und wir mit unserem armen kleinen Sanderer Äh Harasser Harasser Stehen da vorne Ich bin dafür Wir holen jetzt einen Harasser Weil Ich hab nämlich in 10 Sekunden schon wieder volle Punkte Und ich muss auch irgendwas für die Punkte holen Weil wir sind einfach so gut Wir überleben immer so lang Mir gehen die Punkte bei Harasser holen gar nicht erst aus Und das wird einfach mal so eine richtig coole Session Harasser fahren so ein bisschen Arschloch Nein nicht Arschloch So was möchte ich nicht machen Doch der war hat mich C4 Dann hat er gemeint hat Und dann hat er gedacht Und jetzt ist er tot Hä? Aber er hat sich doch C4't Ja aber er hat mich nicht totgetrieben Und C4 weil ich rückwärtsgefahren bin Ja da hat er dich ja doch nicht ziffiert Doch Sieben werden den Kriegen Rot brennend Also rot mit gar nichts mehr Ey jetzt Ist schon wieder ein verbündeter dein Weg Also darauf ist ein Sniper unterwegs Ganz viele Sniper Ja wir sind Harasser Und können die Sniper mal ein bisschen absnippern Aber ich möchte eigentlich dass ihr den Berg da oben haltet Das ist eher so ein Bedenken das ich habe Wie viele Bedenken hast du sind Lightning Den ihr scheiß Fundy mit Barrikadenpanzerung stellt sich hier grad übrigens auf Kann er gern tun An unserer Base Das kann er auch gern tun Und es interessiert einfach keinen außer dem armen kleinen Harasser Leute die haben einen Sanderer an der Base Halt ruf Ha damit hat er nicht gerechnet Oh Gott Oh jetzt haben sie Reparatur ist dann die daneben Und der hat RPG Das ist ne Fahrzeugabwehrgranate Die bleibt kleben an uns Ich glaube Markus wir zwei müssen uns mal um die Sundys können weil es scheint den Rest nicht zu interessieren Die stehen nämlich alle da oben jetzt ja ja ich würde auch sagen doppelt sich hier auf den Reparatur Sundy So ich habe zwei wie fährst du Eine auch umdreffig die ist In der Merknexte Jumppad Follow me Follow me I will jump down here So was ist das hier jetzt Oh 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 ich werde abgeballert Oh das war jetzt quasi dämlich Okay der Reparatur Sundy ist down Auch wenn es nicht ich war aber er ist down Und die haben noch einen Sundy in dem Ding drin stehen Ich glaube der ist eingesetzt in der Garage Ich weiß nicht ob ich jetzt ein Leatening ziehen und ihn einfach wegballern Könntest du machen Wir können auf die Vorbase gehen und beide in Leatening ziehen Markus Ja habe ich eben auch gemacht gibt ordentlich Punkte macht das Gibt jede Menge Punkte Wo bist du jetzt? Ich bin wieder oben snipern Aber ich gehe gleich auf die nächst zurückgelegene jetzt gehe ich auf die nächste Das ist meine KD negativ Weil ich einfach außer den Roadkill nichts gemacht habe bisher Weil du den Lappen bist Nein weil ich Roadkill mag Ja dann lass zurückgehen und mit Panzern vorgehen Na pass auf da hat Rätschöller Äh keine Ahnung weil ich sag dir wenn ich gesponnt bin Ja Redwich Gehe zu dem Sundy der steht näher Oder auch nicht Wohin Ich warte auf dich Warte Das ist gut fürs Überleben wenn man wartet Arsch Doch Naja fuck Ich hätte vergessen Panzerbrechen rein zu tun Nääää Näää Näää Ja mit seinem Sechserschuss Burst man Naja vergessen den Wasserbrechen rein zu tun Ja da kommen sie Da kommen sie angefahren die zwei Lappen Ja die waren Kriegshelden Ja Also die werden sich jetzt wieder darum kümmern dass ihr keine Probleme mehr mit denen ihr Sundys habt Du kümmerst dich um die Infills ich mich um den Sundy Ich hab den Sundy zerstört Aber pass auf da sind noch Minen und so ne Kacke drin Und die haben das Spawnding sie gehackt Aber ich hab schon wieder den Sechser von vorhin weggeholt Baster da mit dem Scheiß Raketengeschütz Boah Z4 will der legen gepiss auf Ne der wollte kein Z4 legen bei mir hier Doch Nein das ist bei mir hier zu spüren Ja noch zu kauer Das war ne leichte Ach Gott Ich hab ja die leichte grad ne die leichte lebt noch jetzt hinterm Felsen Ja ich bin schon dauernd Äh Makro hinter mir Ja ich würd grad sagen Was sonst? Er oder du? Ja Gut weil dann zieh ich noch mal ein Leitling und kommen wieder zur Unterstützung Diesmal fahr ich nicht so dämlich vor sondern das Foto ist das noch einer Aber ich muss mir auch was zu trauen Nein Als Sniper bin ich eigentlich unschlagbar also nicht unschlagbar aber halt Weltklasse Weltklasse? Naja Du kannst snipen Ich bin wieder in Sondor ne? Gut ich bin auch wieder da Bald I'm on the road bist du down? Das ist not good Ja ich bin down Warum tust du sowas? Ich hab feindlich in der Gesichter Hast du Galaxy? Eben hat einer gesagt Galaxy's Oh ja der wieder neun Panzer Panzerbrechens diesmal drauf Ja Oh ich lenke den Panzer ab und ausfielder kümmert sich um den Panzer Er legt Minen drunter glaube ich ja Panzer dauern Jetzt kümmert mich um den ihre Leitlings Also drei Kugeln sind zu viel Zwei Halbkugeln Also das ist ein Fauler Hab wieder ein Lightning weg geholt Der andere Lightning ist jetzt geflohen Irgendjemand von euch muss das Terminal noch zerstören am besten Weil die spawnen die ganze Zeit wieder neue Sachen Ich komm runter ich hex Ja oder so Nein es läuft dann natürlich grad weg wo ich ihn abballern wollte Da ist ja noch alles voller Gegner Ja Ich hab Panzerbrechen Da muss ich Da muss ich einen Volltreffer mit dem Panzer geben damit die sterben Ich hab keinen Flächenschaden Das ist ziemlich scheiße weißt du das? Gegen Infanterie Aber hier das sieht alles clean aus vom Panzern her Ja Ich komm auch Im Panzer Ja das ist jetzt schon fast kaputt hier unten das Terminal So komm Markus wir safen mal die Brücke nicht das gleiche wieder was nachkommt Versuch's auch ein bisschen zwei Fauler Egal Egal Ja Mehr sterben kann man nicht Sehe ich auch so Nein jetzt hab ich einen Skyguard gezogen Es ist so unnötig wie die Eier von einem Eugenhofen natürlich Ich seh den ihren scheiß Brawler nicht den einen Da oben hofft ein Sniper Den hab ich mit einem Panzer gesnipet Das da nennt man Brawler glaub ich Das was ich der Katze fick Oder der Markdusson Ne ich wollte nicht Der ist ausgestiegen Ja fuck Achtung Ne haben wir dann nur einen Sandi Sandi Don Ja Ey bei uns war's dann richtig Äh Brawler Ja Ich bin hinter euch Ja dann schieß Brawler down Was ist Gibt Anti-Air Pass auf wegen Minen Oh fuck das neuner Fim Pass auf links Pass auf Infanterie Infanterie Hab ihn Ah wenns nur schwer war dann gehts Fail Und Ja 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 Das ist